Von einem Streit in der Wertunion zu sprechen, wäre wohl eher untertrieben. Dort ist eine Bombe geplatzt. Kurz nach der Parteigründung sind Markus Krall und Max Otte schon wieder raus. Von vormals drei Zugpferden steht jetzt nur noch eins im Stall. Wir gucken uns die Katastrophe mal an. Willkommen bei Verschwörung und Fakten. Und das geht so. Ja, ja, da stehen sie noch einträchtig zusammen. Hans-Georg Maaßen und Markus Krall. Doch damals war eigentlich schon klar, dass das nicht wirklich gut passt. Ich verwies in meinem Video zur Wertunion auf folgenden Widerspruch. Und apropos Markus Krall. Lustig finde ich ja dabei, dass er als großer Libertärer sich in eine Partei begibt, die zu einem Guteil von ehemaligen Staatsdienern geführt wird. Dass das nicht gut gehen konnte, ist also eigentlich wenig überraschend. Doch was ist denn eigentlich passiert? Die Wertunion hat sich als Partei erst am Sonntag gegründet. Passenderweise traf man sich dazu auf einem Schiff, was ja bekanntlich untergehen kann. Vielleicht symbolisch nicht der beste Ort für eine Parteigründung. Aber bei diesem Fehler blieb es nicht. Denn Hans-Georg Maaßen, der Parteivorsitzende, sammelte für den Gründungsakt handverlesene Leute um sich herum. Diesen Personenkreis bezeichnete Markus Krall als abgehalfterte Unionskanden. Er verglich das Ganze mit Teebeuteln. Und um Teebeutel zu ersetzen, kann man auch nicht auf verschwitzte Socken alter CDU- und FDP-Kanden zurückgreifen. Das sagt wohlgemerkt Markus Krall, nicht ich. Die logische Konsequenz daraus folgte dann zwei Tage nach der Parteigründung. Und so platzte die Bombe. Markus Krall und Max Otte, zwei der prominenten Zugpferder der neuen Partei, stiegen aus, bevor es überhaupt richtig losging. Max Otte, der als Bundespräsidentenkandidat der AfD kandidierte, schrieb auf X folgendes. Die Aussagen aus den Reihen der Werteunion lassen zweifeln, dass die Partei geeignet ist, die Politikwende in Deutschland mitzugestalten. Sie deuten stattdessen auf erhebliche politische Fehleinschätzungen und Selbstüberschätzungen hin. Mit dem heutigen Tag trete ich aus der Werteunion aus. Zitat Ende. Exakt eine Minute später kam dann das Statement von Dr. Markus Krall. Er schrieb, hiermit gebe ich bekannt, dass ich heute aus der Werteunion ausgetreten bin. Zitat Ende. Dass die beiden Austritte fast auf die Minute genau zur gleichen Zeit erfolgen, ist selbstverständlich kein Zufall. Hier muss man von einer Absprache zwischen den beiden ausgehen. Es war also ein geplanter und gezielter Akt, der als Statement zu verstehen ist und zeigt, wie tief die Gräben zwischen Otte und Krall auf der einen und Maaßen auf der anderen Seite sind. Dass es diese Gräben gibt, ist schon länger bekannt gewesen. So distanzierte sich Maaßen bereits Anfang des Jahres von Markus Krall. Maaßen sagte damals, dass Krall nicht zur Besetzung gehöre und bestimmte Positionen vertritt, die bei uns nicht mehrheitsfähig sind. Ferner schüsse er manchmal über das Ziel einfach hinaus. Wie notdürftig die beiden versuchten, diesen Foupat zu kitten, sehen wir an diesem Clip. Viele Diskussionen darüber, dass Sie gesagt hätten, Herr Dr. Krall würde oftmals übers Ziel hinaus schießen. Herr Dr. Krall hatte sich schon bei mir dazu geäußert. Wie sehen Sie das denn jetzt im Nachhinein, diese Aussage von Ihnen? Also wir sind sehr gut bekannt, Herr Markus Krall und ich. Wir haben, glaube ich, in sehr, sehr vielen Punkten Gemeinsamkeiten. Er kommt eher aus dem libertären Bereich, ich komme eher aus dem liberal-konservativen Bereich und ich glaube, in den meisten Punkten wollen wir am gleichen Strick ziehen und zwar in die gleiche Richtung. Naja, das war schon etwas holprig. Aber es ging noch schlimmer weiter. Maaßen degradiert Krall hier zu einem notwendigen Übel, das man mittragen müsse, um einfach Reichweite und Follower zu bekommen. Ab und an bin ich der Meinung, er überspitzt ganz gerne, aber dafür bringt er auch sehr, sehr viele Unterstützer mit und Follower mit, was uns als Partei nur recht sein kann. Also man kann nicht davon sprechen, dass Sie und Herr Dr. Krall zerstritten sind? Nein, überhaupt nicht. Das haben wir, glaube ich, auch beide in Interviews auch immer wieder deutlich gemacht. Dass Krall das nicht besonders gut passte, ist wohl recht offensichtlich. Aber das erklärt noch lange nicht, warum auch Max Otte ausgetreten ist. Und für Krall war es wohl noch nicht der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. Nach allem, was man liest, ging es Otte und Krall wohl hauptsächlich um die neue Ausrichtung der Partei hinsichtlich der Zusammenarbeit mit der AfD und der CDU. Hier fährt Hans-Georg Maaßen nämlich gekonnt einen Schlingerkurs und man weiß immer nicht so genau, woran man da eigentlich ist. Politisch hat der Vorsitzende der Werteunion dabei keine Berührungsängste mit Positionen der AfD. Man kann diese beiden Parteien, die Werteunion und die AfD, im Prinzip als so eine Art Zwillinge bezeichnen. Eine Unterscheidung ist in vielen Politikfeldern nicht auszumachen. Das habe ich in einem Video bereits gezeigt. Aber das ist ein Problem. Denn ohne ein Unterscheidungsmerkmal gibt es für Wählerinnen und Wähler keinen Grund, die neue Partei zu wählen. Da wählt man doch lieber das Original. Und hier kommt es dann notwendigerweise zu einem Konflikt zwischen der strategischen Ausrichtung und den programmatischen Punkten. Man will einerseits AfD-Wähler mit dem gleichen Angebot abholen und sich andererseits doch irgendwie unterscheiden. Klingt nach einem Dilemma und ist es auch. Also muss ein Unterscheidungsmerkmal auf einer anderen Ebene her. Und genau da liegt der Hase im Pfeffer. Maaßen sah sich nämlich veranlass, jüngst die AfD schlecht zu machen und sich andererseits der CDU anzubiedern. Hören wir mal rein. Wollen Sie das überhaupt ändern? Aber das müssen Sie ja, weil Sie sich ja sozusagen in einem politischen Wettbewerb befinden, auch mit der AfD. Ja, ich sehe es schon mit Sorge, das Erstarken der AfD. Und es wäre, glaube ich, fatal, wenn die AfD in einem Land eine Art Alleinregierung stellen würde. Man müsste sich vorstellen, einen Ministerpräsidenten, einen Innenminister von der AfD. Das erfüllt mich natürlich mit Sorge. Maaßen sieht die AfD also sogar als Gefahr. Otte und Krall tun dies selbstverständlich nicht. Und damit gibt es einen Konfliktpunkt, der im Prinzip nicht aus dem Weg zu räumen ist. Gerade die Dämonisierung der AfD durch die anderen Parteien, Stichwort Brandmauer nach rechts, ist für Otte und Krall einer der wesentlichen Punkte, warum sie in die neue Partei wollten und so die Brandmauer-Abrissbirne zu spielen. Ich meine, der Otte hat sogar für die AfD kandidiert. Da wirken die Sätze von Maaßen dann wie ein Schlag ins Gesicht. Aber seine Ausführungen gingen noch weiter. Wir reden mit allen. Die Frage ist, mit wem arbeitet man zusammen, mit wem koaliert man. Und da sage ich offen, unser Premiumpartner wäre die CDU beziehungsweise die CSU, weil wir uns jedenfalls von der Partei getrennt haben. Maaßen bezeichnet die CDU hier als Premiumpartner. Genau das ist er für Otte und Krall nicht. Denn die AfD ist wiederum ihr Premiumpartner. Und da ist die logische Konsequenz, dass diese beiden Lager nicht zusammenkommen. Überraschend ist das Ganze schon. Denn man konnte es ja vorher wissen. Beziehungsweise hätte dies in Gesprächen klären können. Eine Hauptschuld geht dabei aus meiner Sicht an Herrn Maaßen. Er ist rhetorisch einfach nicht besonders versiert. Er fährt einen Schlingerkurs. Heute hü, morgen hot. Man weiß nicht so recht, woran man bei ihm ist. Und diesen Schlingerkurs vermag er dann noch nicht einmal gut zu verpacken. Der Mann ist halt doch eher Beamter denn Politiker. Rhetorisch wirkt das alles eher unbeholfen. Maaßen und seine Anhänger träumten bereits von 15% auf Bundesebene. Und so schwadronierten die Fans von rechts außen schon über ganz neue Konstellationen. Unter meinem letzten Video hat jemand dieses hier geschrieben. Der Wähler entscheidet und nicht die Ampel und du mit deinem Kanal. Abgerechnet wird schon im Herbst 2024. Und die Abrechnung erfolgt dann im Herbst 2025. Die Rettung Deutschlands, AfD und Werteunion. Zitat Ende. Mal ganz davon abgesehen, dass das eher der Untergang Deutschlands wäre, wage ich hier doch eine gänzlich andere Prognose. Die Werteunion hat einen klassischen Fehlstart hingelegt. Sie hat programmatisch kein Alleinstellungsmerkmal und hat mit dem Wegfall von Otto und Krall zwei seiner wichtigsten Zugpferde bereits verloren. Ferner hat Maaßen offensichtlich nicht die Qualität, eine Partei zu führen. Daher lautet meine Prognose, dass die Partei Werteunion eine Splitterpartei werden wird und die 5%-Hürde nicht überschreitet. Was denkt ihr dazu? Schreibt es in die Kommentare. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.